Hallo und Willkommen zu meiner ersten Folge von Captain Holtys Minecraft Let's Play ja wie ihr seht habe ich hier mir habe ich mal ein bisschen angefangen im regen auf meiner schönen meiner schönen survival bergwelt hier ich bin hier auf einer awesome bergwelt drauf und hier bin ich wie ihr gerade seht ein kleines hübsches luxus mega häuschen und wachen ja also nur ich werde es auch bauen bin werde ich ohne monster spielen sobald ich mein haus hier dann habe ich sie einschalten nur damit ihr euch nicht wundern warum dann hier keine monster kommen wenn ich bin blöd wenn ich jetzt hier irgendwie oder so während ich jetzt aus dem baum bin ich mich mich hier in den himmel sprengt das wäre wenn ich nicht so schön ich bin sehr großer microsoft-fan wie sie ja bei euch schreibt mir die kommentare rein also ob ob ihr meint mögt oder nicht also ja unser kleines kleine siebtes mega häuschen mit dem größten luxus der welt der größe und mit so höchste luxus in den satten bild kippt nein was beiseite ok ich wäre nur noch immer wenn man account die sich wenn man meine meckere videos werden wenn ungefähr immer eine halbe stunde lang gehen ich werde werden versuchen pro woche minimal eine folge raus zu finden aber ich glaube es werden 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 drei vier oder fünf sein koopern und auch auch bescheid haben wie schnell er macht und erst mal ein kleines frühchen nur kann man nun können zu machen ich wollte ich noch keine und die mieter ein bisschen regen hier was warum ist hier so wenig holz immer nur ein was ein block heute immer nur hier bei den komische bäume oder ein block hohe bäume gleich ist unsere erste achs kaputt ja 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 und ich glaube ich fange ich noch ein ein bisschen zu tun bisschen in die in die erde zu graben was macht mich da also heute mache ich mich im minum ist ich will ein bisschen komisch immer also unrealistisch ja wir haben ja voll gut glück auf wir haben ein stück stein einsammelt wir sind die reißen menschen der welt wiesen stein reich also was will ich persönlich bin bin er sagt ja also ich habe wenn er nicht richtig muss nur ich reden soll mit euch was ich euch erzählen soll ja wenn man hier nicht so viel passiert hier bei meinem ersten schmacken tastieren ich bin bald in meinem fall war es nicht lieber starten oder star wars als ich bin als ich persönlich mag mag mehr als star trek aber ich hatte meine kommentare rein was ihr seid ich würde mich mal interessieren mein der 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 kettenholz ist besser freund kies ja ihr wolltet bestimmt warum ich das sage ich bin ich daran dass ich mich nicht mehr als die fallspieler sein kann und ich bin und weil mich das ist der fall also ich fall und bogen nicht so gekünft bin wenn ich gegen monstler kämpfe dann damit schwert und so kriegst du nicht so richtig da brauchst du schon wirklich schon fall und bogen sonst müssen jetzt richtig nicht richtig weiß ich warum aber ich kann irgendwie am besten gegen monstler oder irgendwelche anderen spieler kämpfen sie sind mit anderen fischer dinger krempfe wenn nicht anbogen zum fliegen so schön ich bin dagegen m während ich weiß nicht so sehr spät ich bin eher ein nachtmensch als ich ich bin tage ich mache ich auch viel wecken ich schlafe ich sehr lange bin aber nachtmensch aber wenn wir mal ich schlafe lange aus wenn ich das lange auf bin nur aber wenn man kann ich nicht darum auch um zu wecken dann oder so wie das ist ein ganzes vortrag keine ahnung warum war ich war bei mir immer schon so dass er sich immer immer topfit war ich bin ich bin ich bin ich bin wie er sich aussieht wie er sich aussieht ja ich und ich und ihr könnt mir meine kommentare schreiben was ich ja jetzt machen soll also machen könnte nach euch soll ich ja mal auf großen monster abgehen oder mir erst mal hier mein haus aufbauen oder erst mal die ganze welt wird ja also erkunden oder was soll ich machen kann ich nicht ja wenn ich das kann ich habe ich gewisse auch meine tage ich sehe ich die seite ich sei in meinen zuschauer immer die künftige künftige und bestimmte machen soll also zu helfen wie die die weiterfälle jährige das ist das jetzt hier in den nächsten Kapitän Marvins Microwave Let's Play machen soll. Tränen trinke ich mal. Mein Stützchen meines Dienstwassers. Das hat so gut getan. Also, Marela. Also, kennt es auch manchmal, ihr seht, dass ihr, wenn wir mit dem Michael oder irgendwas anderes zockt, ihr gerade so schwer und zocken seid, ihr gerade noch immer überguckt hat, zum Beispiel Sinoba, dann guckt, dann guckt, dann guckt, dann guckt, dann guckt, dann guckt ihr ein, 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 ein paar Gefühle für die Minuten, später wirft die Uhr, nur noch einmal kriegt ihr Schreck und denkt und seht, oh, oh, sind, sind zwölf Uhr. Kennt ihr das? Also, das sind so auf einmal so mega schnell, wie es dieser Zeit vergeht. Also, ich war eher, also, ich hasse das ziemlich. Ein Ding. Ja. Ja. Wie gesagt, wie gesagt, vor allem Ding. Komisch. Ach. Ich rede schon manchmal, manchmal ein Mist. Ey, manchmal ein Mist. Sorry. Ähm. Ähm. Ähm, nein. Ich möchte mir hier schon mal wieder schönes Rauch und mein Häuschen einrichten. Ich werde sie nach hinten noch erweitern. Und mich machen. nur noch immer. ... ... ... ... warum wollte ich jetzt ganz kiki kies anlegen also kies brennt laut ist ja gut wieso lege ich da jetzt meine ganzen holzstäbchen rein ja wir sind bestiebten weg an die zählte mach 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 die s ich habe fast erreicht aber das war ja noch locker ich mag es eigentlich immer schön hell weder schien ein paar feuersteinchen ein paar fettchen so monster ein ich brauche Spinnen oder Skelette gleich geht es auf Ending wer sich mit Kettenholz hier anlegt der wird es nicht überleben Monster Jagd Monty Monty's kommt zu Paris das hatte ich schon mal ich habe noch eine Frage an euch wie lange wenn ihr mich habt wie lange spielt ihr schon also ich spiele mich schon lange lange mein Kopf also also ich kenne mein ich habe mich schon seit ich in der Grundschule bin also genau weiß ich aber keine Ahnung ein Zombie der wird hier gleich mal ich bin ich bin weg mit Öl das nicht weg mit Öl das nicht weg mit Öl das nicht ich habe gerade gesehen der ist gerade einfach so schien blühe macht sie nur umgedreht komischer ich bin ich bin ich bin ich bin aber Ich weiß nicht, ob der auch hier wohnt. Nein, ich habe dich nicht. Du bist nicht zu mir. Ich habe dich nicht zu retten. Ich habe dich nicht zu retten. Oh, ich fang! Oh, ein Zigaret! No! Warte! Oh, nein! Oh, das war fies! Auf in den Boxkampf! Boah, das Knampf! Wieso sagst du Knampf? Warte! Wir haben mit einem Schlag gekillt! Hey, das rennt weg! Wieso rennt das denn? Nein! Warte! Dann hab ich ihn erwischt! Boah, Graber! Nein! 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 Der Huber explodiert mir nicht! Nein! Oh! 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 Nein! Nein! Ach! Wieso können ich nie das zocken, was ich brauche? Ich brauche noch ein Schieper. Ist das für ein Bucking? Warte, komm doch leider! Nein! 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 ca. Ach, ich halte voll im好 Button alles. Warte, 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 warte ah! Ah! Uuuuuh! Uuuuh! Was? Uuuuh! Uuuuh! Nimm das an! Ah! Nein! Oh! Was soll das? Ich spon hier gerade und dann kommt hier um den Creeper rechts an! Böser Creeper! Au! Uuuuh! 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 Was sind meine Sachen hier? Uuuuh! Was ist das? Uuuuh! Ich hab mich ganz übersehen! Böser Cheetah! A Creeper! Ich nenn eigentlich Creeper immer Cheetah! Pieper Cheetah! Ja! Pieper Cheetah! Die, 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 die explodieren! Und das ist gescheatet! Aber ich bin Käpt'n Rollsy! Und Käpt'n Rollsy! Und Käpt'n Rollsy kann niemand besiegen! Außer, manchmal, meine Tollpastigkeit! Das, Meike! Die kann ich besiegen! Das, Meike! Die kann ich besiegen! Nein! Uuuuh! 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 Heute sah ich die Babys eben nur Mist! Hm! Ja, was ist das so, dass du, die man so sehen kann! Ist das so, ist das Mod oder was? Wo man dann so Markierungen setzen kann, die man von ganz weitem aus sehen kann! Und dann auch durch Blöcken durch! Ist das ein Mod oder, oder, oder was ist das? Ich hoffe, ich, ich hoffe, ihr will, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine! Oder, 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 die da haben, wo man so an angezeigt, angezeigt wird, wie, 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 wie viel, wie, wie viel, wie, wie viel Api oder so? Irgendwie mal, irgendwie mal, andere, eine Mietze! Hey, Otze, Otze! What? Der rennt weg! Was ist das? Komisch. Otzellos rennt einfach mal weg! also wo diese war nach nur so an meine ecke anzeit wird wie wie die vp irgendwann irgendwann mein wesen noch hat ist es nur in der neuen version oder es ist auch ein motto oder irgendwas schreibe ich hatte meine antwort in kommentare rein darüber will ich mich sehr freuen nennen ach nie wo sind meine Sachen? Ach da sind sie endlich! Komm her Sachen! Hä? Kann es sein, dass hier... Ich muss hier was eingesammelt haben? Was? Alter... Gut, ich weiß, ich hab alles... Ich hab weh... Oh Mann, Nino... Ich hab immer noch 2.02... Oh! Das hat wehgetan! Oh Mann! Ich weiß ja, will ich hier bei den Befügen kriegen, weil hier oben sind die Mühlen und sonst nix! Aber mit dem Essen! Oh? Ah... Ein Bein, du... ZUKEL! Oh! Oh? Nur ein Skalant? What? 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 Ja, ich hab immer ein bisschen Probleme mit meiner Stimme! Und ich hab keine Ahnung warum! Ah ja! Wenn ihr sich schrei... Die... Mieze, also... Ich nenne auch die Leute oder Katzen noch immer Mieze! Ihr mein Gott! Was mögt ihr mehr? Hund oder Katze? Also ich mag Katze mehr! Ja! Oder was hier haben? Was ihr aussehbar habt ihr? Was ist hier? Was ihr aussehbar habt ihr denn? Genau! Ich guck mal hinein! Ja... Wir machen... Nie... Nie... Nix... Das kann ich mal hassen! Ne... Dann sammelt man... Man... Mal noch Milliarden von Eiern... Und dann... Ist ja nichts! Das ist ganz ein bisschen blöd. Wieso sind die... Hm shit. Oh, sorry. Und gut. Autsch. Wenn das so weiter getrunker ist. Hilfe. Nein, falsch da. Und nicht gebrauchen. Ein bisschen buddern. Ein bisschen snacking was. Hey, ich esse frottetes Fleisch. Eigentlich müsste ich nicht mehr Hummerkühle kriegen, sondern auch noch schaden. Weil, ja, frottetes Fleisch... Hm, schmeckt der super... Schmeckt der sowas von super lecker. Und wenn sowas von super mäßig überall mega gesund. Oh, das ging ja auch schnell. Oh, das war ein bisschen. Dann ist ja nicht so kurz im Mikrof. Vielleicht bleib euch schon rum. Was? was ja 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 ich hasse und zwar ich ich äh ey das war wirklich oh eine Minute also hier wird ja jetzt nicht mehr viel passieren deswegen sag ich schon mal und deswegen sag ich jetzt hier schon mal ja und deswegen sag ich jetzt schon mal schuss mit let's play i so so so